Chizihostan etwas wollen Chizihostan Was wollt ihr? Was wollt ihr? Chizihostan Wollt ihr Fußball spielen? Chizihostan Wollt ihr Fußball spielen? Chizihostan Wollt ihr Freunde besuchen? Chizihostan Wollt ihr Freunde besuchen? Chizihostan Wollen Wollen Chizihostan Wollen 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 Ich will nicht spät kommen Ich will nicht spät kommen Ich will nicht hingehen Ich will nicht spät kommen 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 Ich will zuhause bleiben. Ich will allein sein. Ich will allein sein. Ich will allein sein. Willst du hier bleiben? Willst du hier bleiben? Willst du hier bleiben? Willst du hier essen? Willst du hier schlafen? Willst du hier schlafen? Willst du hier schlafen? Wollen Sie morgen abfahren? Wollen Sie morgen abfahren? Wollen Sie morgen abfahren? Willst du hier schlafen? Willst du hier schlafen? Wollen Sie bis morgen bleiben? Willst du hier schlafen? 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 wollen Sie die Rechnung erst morgen bezahlen? Wollt ihr in die Disco? Wollt ihr in die Disco? Wollt ihr ins Kino? Wollt ihr ins Kino? Wollt ihr ins Kaffee? 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 Du musst viel arbeiten. Du musst pünktlich sein. Du musst pünktlich sein. Er muss tanken. Du musst pünktlich sein. Er muss tanken. Er muss tanken. Er muss das Auto reparieren. Er muss das Auto reparieren. Er muss das Auto waschen. Er muss das Auto waschen. Er muss das Auto waschen. Er muss das Auto reparieren. 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 Sie muss die Wäsche waschen. Wir müssen gleich zur Schule gehen. Wir müssen gleich zur Schule gehen. Wir müssen gleich zur Arbeit gehen. Wir müssen gleich zur Schule 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 gehen. Ihr müsst auf den Zug warten. Ihr müsst auf den Zug warten. Wir müssen gleich zur Schule gehen. Wir müssen zur Schule gehen. Wir müssen gleich 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 zur Schule gehen. Wir müssen immer zur Schule gehen. Wir müssen gleich zur Schule gehen. Wir müssen ursprlaf健 Josh, ich muss mit dir beherse. Okay. Wir müssen aus. Dürfen Dürfen wir hier rauchen? Dürfen wir hier rauchen? Dürfen wir hier rauchen? Dürfen wir hier rauchen? Darf man mit Kreditkarte bezahlen? Dürfen wir hier rauchen? 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 Er darf nicht im Auto schlafen. Er darf nicht im Auto schlafen. Er darf nicht im Bahnhof schlafen. Er darf nicht im Bahnhof schlafen. Er darf nicht im Bahnhof schlafen. Dürfen wir Platz nehmen? Dürfen wir Platz nehmen? Er darf nicht im Bahnhof schlafen. Dürfen wir Platz nehmen? Er darf nicht im Bahnhof schlafen. Dürfen wir die Speisekarte haben? Dürfen wir die Speisekarte haben? Er darf nicht im Bahnhof schlafen. Dürfen wir die Speisekarte haben? Er darf nicht im Bahnhof schlafen. Er darf nicht im Bahnhof schlafen. Dürfen wir die Speisekarte haben? 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 Um etwas bitten. Dürfen wir die Speisekarte haben? 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 nicht zu kurz bitte nicht zu kurz bitte nicht zu kurz bitte etwas kürzer bitte etwas kürzer bitte etwas kürzer bitte können Sie die Bilder entwickeln können Sie die Bilder entwickeln können Sie die Bilder entwickeln die Fotos sind auf der CD die Fotos sind auf der CD die Fotos sind auf der CD die Fotos sind in der Kamera können Sie die Bilder können Sie die Bilder reparieren können Sie die Uhr reparieren das Glas ist kaputt das Glas ist kaputt die Batterie ist leer die Batterie ist leer die Batterie ist leer können Sie das Hemd bügeln können Sie das Hemd bügeln können Sie die Hose reinigen 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 Können Sie mir Feuer geben? Haben Sie Streichhölzer oder ein Feuerzeug? Haben Sie Streichhölzer oder ein Feuerzeug? Haben Sie Streichhölzer oder ein Feuerzeug? Haben Sie einen Aschenbecher? Haben Sie einen Aschenbecher? Haben Sie einen Aschenbecher? Haben Sie einen Aschenbecher? Haben Sie Streichhölzer oder ein Feuerzeug? 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 Wie epidemiologische Streichhölzer oder ein Feuerzeugzeug? Rauchen Sie Pfeife? Schuma Piep Miekeshid. Rauchen Sie Pfeife? Rauchen Sie Pfeife? Opz und Leihawaanten Sie Pfeife? etwas Begründen 1 Etwas begründen 1 Warum kommen Sie nicht? Warum kommen Sie nicht? Das Wetter ist so schlecht. Das Wetter ist so schlecht. Das Wetter ist so schlecht. Ich komme nicht, weil das Wetter so schlecht ist. Das Wetter ist so schlecht. Das Wetter ist so schlecht. Warum kommt er nicht? Warum kommt er nicht? Warum kommt er nicht? Warum kommt er nicht? Er ist nicht eingeladen. Er ist nicht eingeladen. Er ist nicht eingeladen. Warum kommt er nicht eingeladen? Er kommt nicht, weil er nicht eingeladen ist. Warum kommt er nicht eingeladen ist. Warum kommt er nicht? Warum kommt er nicht? Warum kommt er nicht? Ich habe keine Zeit. Ich habe keine Zeit. Ich komme nicht, weil ich keine Zeit habe. Ich komme nicht, weil ich keine Zeit habe. Ich komme nicht, weil ich keine Zeit habe. Warum kommt er nicht eingeladen. Warum kommt er nicht eingeladen? Ich muss noch arbeiten. Ich muss noch arbeiten. Ich muss noch arbeiten. ich werde nicht itinerant werden. ich bleibe nicht, weil ich nicht arbeiten muss. Ich bleibe nicht, weil ich weiterhin recht Outside workinge muss. Ich bleibe nicht, weil ich noch arbeiten muss. Warum gehen Sie schon? Warum gehen Sie schon? Ich bin müde, ich bin müde, ich bin müde, ich bin müde Ich bin müde, ich bin müde, ich bin müde Warum fahren Sie schon? Warum fahren Sie schon? Warum fahren Sie schon? Ich bin müde, ich bin müde, ich bin müde Es ist schon spät Es ist schon spät Ich bin müde, ich bin müde, ich bin müde, ich bin müde Ich bin müde, 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 ich bin mü Etwas begründen 2 Warum bist du nicht gekommen? Warum bist du nicht gekommen? Warum bist du nicht gekommen? Ich war krank. Ich war krank. Ich war krank. Ich bin nicht gekommen, weil ich krank war. Ich bin nicht gekommen, weil ich krank war. Warum ist sie nicht gekommen? Warum ist sie nicht gekommen? Warum ist sie nicht gekommen? Ich war krank. Sie war müde. Sie war müde. Sie ist nicht gekommen, weil sie müde war. Sie ist nicht gekommen, weil sie müde war. Ich war krank. Warum ist sie nicht gekommen? 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 Sie war krank. 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 Er ist nicht gekommen, weil er keine Lust hatte. Er ist nicht gekommen, weil er keine Lust hatte. Warum seid ihr nicht gekommen? 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 Unser Auto ist kaputt. Unser Auto ist kaputt. Wir sind nicht gekommen, weil unser Auto kaputt ist. Wir sind nicht gekommen, weil unser Auto kaputt ist. Warum seid ihr nicht gekommen? Warum sind die Leute nicht gekommen? Warum sind die Leute nicht gekommen? Warum sind die Leute nicht gekommen? Sie haben den Zug verpasst. Sie haben den Zug verpasst. Sie haben den Zug verpasst. Warum seid ihr nicht gekommen? Warum seid ihr nicht gekommen? Sie sind nicht gekommen, weil sie den Zug verpasst haben. Sie sind nicht gekommen, weil sie den Zug verpasst haben. Sie sind nicht gekommen, weil sie den Zug verpasst haben. Warum seid ihr nicht gekommen, weil sie den Zug verpasst haben. Warum seid ihr nicht gekommen? Warum seid ihr nicht gekommen? Warum seid ihr nicht gekommen? Warumosaurus Пока. Ich wollte Both. Ich wollte inte. Ich wollte nicht. Ich wollte nicht. Ich bin nicht gekommen, weil ich nicht durfte Ich bin nicht gekommen, weil ich nicht durfte Ich bin nicht gekommen, weil ich nicht durfte Warum essen Sie die Torte nicht? 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 Ich muss abnehmen Ich muss abnehmen Ich muss sie nicht, weil ich abnehmen muss Ich muss sie nicht, weil ich abnehmen muss Ich muss sie nicht, weil ich abnehmen muss Ich esse sie nicht, weil ich abnehmen muss Warum trinken Sie das Bier nicht? Warum trinken Sie das Bier nicht? Ich muss abnehmen 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 Warum trinkst du den Kaffee nicht? Warum trinkst du den Kaffee nicht? Er ist kalt. Er ist kalt. Ich trinke ihn nicht, weil er kalt ist. Ich trinke ihn nicht, weil er kalt ist. Ich trinke ihn nicht, weil er kalt ist. Warum trinkst du den Tee nicht? Warum trinkst du den Tee nicht? Warum trinkst du den Tee nicht? Ich habe keinen Zucker. Ich habe keinen Zucker. Ich habe keinen Zucker. Ich trinke ihn nicht, weil ich keinen Zucker habe. Ich trinke ihn nicht, weil ich keinen Zucker habe. Warum trinkst du den Tee nicht? Warum essen sie die Suppe nicht? Warum essen sie die Suppe nicht? Warum essen sie die Suppe nicht? Ich habe sie nicht bestellt. Ich habe sie nicht bestellt. Ich habe sie nicht bestellt. Ich habe sie nicht kosten. Ich habe sie nicht, weil ich sie glow. Ich esse sie nicht, weil ich sie nicht bestellt habe. Warum essen Sie das Fleisch nicht? Warum essen Sie das Fleisch nicht? Warum essen Sie das Fleisch nicht? Ich bin Vegetarier. Ich bin Vegetarier. Ich bin Vegetarier. Ich bin Vegetarier. Ich esse sie nicht, weil ich Vegetarier bin. 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 Adjektive 1 Adjektive 1 Adjektive 1 Eine alte Frau Eine alte Frau Ich bin Vegetarier. Eine alte Frau Ich bin Vegetarier. Eine neue Frau 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 Ein neuer Wagen 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 Ein blaues Kleid Ein neuer Wagen Ein neuer Wagen Ein neuer Wagen Ein grünes Kleid Ein grünes Kleid Eine schwarze Tasche Jetzt kiefer kahwey Eine braune Tasche Jetzt kiefer kahwey Eine braune Tasche Eine braune Tasche Jetzt kiefer kahwey Eine weiße Tasche 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 Höfliche Leute Höfliche Leute Interessante Leute Interessante Leute Interessante Leute Interessante Leute Interessante ปัízate には güvene of Legal Bravo Kinder Bucs-Haii-Khoob-W-Mu-A-Dab Bravo Kinder Bravo Kinder Cifat-H-Du Adjektive 2 Adjektive 2 Cifat-H-Du Adjektive 2 Adjektive 2 Man levasse abi betandoram Ich habe ein blaues Kleid an Ich habe ein blaues Kleid an Man levasse abi betandoram Ich habe ein blaues Kleid an 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 Ich kaufe eine braune Tasche. 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 Da unten wohnt eine neugierige Frau. Da unten wohnt eine neugierige Frau. Unsere Gäste waren nette Leute. Unsere Gäste waren nette Leute. Wir waren nette Leute. Unsere Gäste waren nette Leute. Wir waren nette Leute. Unsere Gäste waren höfliche Leute. Wir waren nette Leute. Unsere Gäste waren interessante Leute. Wir waren nette Leute. Unsere Gäste waren interessante Leute. Ich habe liebe Kinder. Ich habe liebe Kinder. Ich habe liebe Kinder. Ich habe liebe Kinder. Aber die Nachbarn haben frech Kinder. Aber die Nachbarn haben frech Kinder. Aber die Nachbarn haben frech Kinder. Ich habe liebe Kinder. Ich habe liebe Kinder. Ich habe liebe Kinder. Ich habe Solo. Ich habe mich immer noch nicht in den Katastalen. Ich habe liebe Kinder. Ich habe暑 буду worsh� המ secretary. In der Doktor sehen Sie selbst ein bisschen wetter. Adjektive 3 Sie hat einen Hund. Sie hat einen Hund. Sag, wo sorgst du? Der Hund ist groß. Sag, wo sorgst du? Der Hund ist groß. Der Hund ist groß. Der Hund ist groß. Sie hat einen großen Hund. Sie hat einen großen Hund. Der Hund ist groß. Er hat einen großen Hund. Sie hat einen Haus. Sie hat einen Haus. Sie hat einen Haus. Das Haus ist klein. Das Haus ist klein. Er hat einen großen Hund. Er hat einen großen Hund. Er wohnt in einem Hotel. Er wohnt in einem Hotel. Er wohnt in einem Hotel. Hotel Arsonest Das Hotel ist billig. Das Hotel ist billig. Hotel Arsonest Das Hotel ist billig. Das Hotel ist billig. Er wohnt in einem billigen Hotel. Er wohnt in einem Hotel. Er wohnt in einem billigen Hotel. Er wohnt in einem hotel. Er wohnt in einem Auto. Er wohnt in einem Auto. Er wohnt in einem Auto. Das Auto ist teuer. Er hat ein teures Auto. Er liest einen Roman. Der Roman ist langweilig. Er liest einen langweiligen Roman. Er liest einen langweiligen Roman. Er liest einen film. Der Film ist spannend. Der Film ist spannend. Der Film ist spannend. Er liest einen spannenden Film. Er liest einen spannenden Film. Sie sieht einen spannenden Film. Er liest 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 einen spannenden Film.